Lass da die Thron drauf basteln. Ja, von mir aus. Man muss das dahinter zerstören, hab da. Was war das denn, Mann? Mach das weg da, ist hässlich. Ja, ja. So. Ja, toll. Ja, was machst du denn da? Ja, ich muss mal kurz mein Inventar loswerden. Ich muss mal kurz mein Inventar loswerden, warte mal. Ich mach das gleich wieder weg da. Das ist ja ein tolles Inventar. Ja, das finde ich auch. Ja, ich hab gedacht, ich brauch die alle. Egal, wir brauchen die bestimmt irgendwann nochmal. Also daher... Das war das für eine Sprache, das war Klingonisch für Arme. Klingonisch, ich weiß noch was, was ein Klingon ist. Ich laber doch nicht, jeder weiß was ein Klingon ist. Was ist denn ein Klingon? Ein Klingon, oder? Das ist so ein Typ, der denkt, der wär cool. Ja, also bist du ein Klingon. Witzig. So, warte mal. Mach mal... Das ist auch nochmal Stein. 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 Ähm... Machen wir mal in die anderen Truhe das ganze Wehrzeug hier. Also Kohle und so'n Scheiß. Ah, das so... Wehrzeug? Was meinst du, sowas ja auch vielleicht? Nein, nicht wirklich. Ja, Alter, mach doch da so. Ja, ist ja gut. Kakaobohnen. Ach so, sind Kakaobohnen. Kakaobins. Kakaobins. Bins. Ähm... Guck, wie hier, Wertgegenstände. Da, guckst du. Ja. Kaktus. Kakao. Natürlich Kaktus. Mehrzahl von Kaktus ist Kaktusse. Kaktusse. Ja, voll die Kaktusse, oder? Ziemlich doof angemacht. Wack, wack. Oh, ja... Ihr Wertsohn vergammeltes Fleisch. Nee, warte mal. Wack mal da. Ey, warte mal da hinten die Truhe. Ach so, ich hör's und sag's. Das sind nur zwei. Ist das alles an Eisen, was ich dann gebohlt habe? Egal, immerhin. 49, geht doch. So, warte mal. Äh, da blä 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 blä. Und wir machen noch eine Truhe. Hast du noch Holz. Ne, hast du nicht mehr. Ja, doch, hab ich. Ja, dann eine Truhe bräuchte ich noch. Also, wie lange brauchen wir denn noch den Ofen abzubauen? Ofen ist voll ewig. Ich wollte eigentlich sagen, Ofen dauert voll ewig, aber Ofen ist ewig. Gib mal, warte, warte, was habe ich denn jetzt hier? Wo soll der Werkfisch hin? Gib mal, gib mal 12 Holz. Ich gebe dir jetzt gerade mal gar nichts. Ja, 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 mit dem Holz, ey, Kollege, was ist denn? Kollege. Hier, ach nee, warte mal, bitte noch. Ich habe nur 10 übrigens. Ach wo, nee, Quatsch, reicht er? Jetzt habe ich kein Dings mehr. Ja, den baue ich jetzt hier in die Ecke, wo es so schön hält. Ja, bau doch hier hin. Wo hin? Ja, bau doch hier zwischen die Dinger. Wo? Da? Nee, jetzt habe ich die Tour aufgemacht. So? Ja, genau, passt doch. Und da? Ja, ja, wir brauchen ja auch auf jeden Fall 10 Stück davon. Super, jetzt haben wir so ein Stück Wasser dazwischen im Fall. Was, was haben wir? So ein Stückchen Wasser dazwischen hier, plump. Egal, machen wir da auch noch Holz hin. Also, dass nur ein Wasser dazwischen ist. Ja, hast du Holz? Ach, verdammt. Lass mich. So, das ist genau halt da rein. So. Ach, nee, verdammt. Oh, ich brauche doch noch Holz. Ja. Ich, 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 ich. Ich, 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 du, du, du. Ja, egal, das muss jetzt sein. Es tut mir echt leid. Was denn? Ja, ich muss hier kurz mal zwei Häusern. Machst du jetzt da was ab, Alter? Ja, na, wo? Wie er direkt guckt, wo? Was? Ja, ich muss hier kurz, warte, ich mach die da nachher wieder dran. Ich muss jetzt nur kurz die Truhe machen. Sobald ich wieder Holz hab, mach ich die wieder hin, die zwei hier. Ja, da gehst du aber Holz haben, mein Fräulein. Obwohl, da ist noch Holz hinterher. Eigentlich kann man das ja abhacken. Oder? Oder? Nee, scheiß noch doch. So. Das ist hier halt eine Ecke. Sieht auch ganz idyllisch aus. Ja, idyllische Pfütze. Was soll das denn? So. Hab ich hier auch noch eine Dingens? Da kommt der ganze Crepe rein. Der ganze hier Stein und sowas, weißt du? Dreck und... Wo? Stimmt du denn zu? Ja, hier in die... Was? Was? Wo? Ich guck dir nicht zu. So. Oh Mann! Ja, ich sag doch, dass... Wir sollten auf jeden Fall da so machen, dass man nur eins runterfallen kann, wenn man runterfällt, dass man nicht da wirklich hier so zwölf Kilometer runterlandet. Ja, ja, ja. Na ja, ja. Kann man ja mit Stein machen, oder? Ja, ja, ja. Was denn? So, warte mal, was war jetzt hier drin? Oh, was machst du denn? Was denn? Das war ich, glaub ich, ne? Das ist ja. Ich hab' dir geholfen. Ich hab' dir geholfen. Ich hab' dir erlaubt. Ich hab' dir erlaubt. Ja, ich hab' dir erlaubt. Ich hab' dir erlaubt. Na, ja. Davon hätte ich dich mal verraten. Aber das ist ja jetzt mal so. Ich hab' dir erlaubt. Prozent Prozent der Geräusche für machen und ich mache mal ein bisschen gedruckt um durchschauen jetzt haben wir doch schon geschaffen Ja, was will ich auch. In der Truhe ist nur scheiße. Warte, hier, ich lege mal. Hä, wo ist jetzt das ganze Zeug? Willst du mich verarschen? Ja, hier, ich hab's hier gemacht, Mann. Hier, hier ist doch die Truhe für den ganzen Krepp. Habe ich doch gesagt. Da, guckst du da. Ja. Ja, ist zufrieden, Mann. Nee. So. Jetzt bist du zufrieden, auch wenn sich nichts geht. Boah, du hast die Tür aufgelassen. Was wäre denn, wenn jetzt hier ein böser Mann drin wäre? Ja, Alter, guck doch mal. Hier ist überall auch ein Fehler. Der wäre schon wieder von RTL gewesen, Mann. Ja. Ich brauche zweimal Dreck. Du brauchst zweimal Dreck. Nimmst du? Gönst du. Die Außenfassade, guck mal hier, ich hab das gerade abge... Was ist los? Die Außenfassade. Du bist auch so eine Außenfassade. Ja, die kann man doch wegmachen, Nira. Hier ist eh Holz. Ja, nee, dann lass einfach jetzt so... Du bist in Ruhe, du wohnst. Ja, 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 ich kann alles. Soll ich geh mal ein bisschen Voodooxing machen, ne? Ja, ich geh auch Wund, was ist das? Ich geh auch Voodooxing. 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 Das macht irgendwie mal echt wieder Laune, Minecraft. Das ist schon echt glei. Glei. Schon echt glei. Das ist voll glei. Übelst glei. Oh, was war das? Hier, hallo. Hi. Und versuch die Samen auch zu bekommen von einem dicken Ding. Achso. Ja, ich frag mich hier, was mich angreift. Ich bin gerade am Verrecken, weil ich keinen Hunger mehr hab. Äh, weil ich Hunger hab. ja ich hab keine Ahnung mehr wo hast du das Essen gemacht? War noch Essen da? äh ja, ne, das hab ich bei mir, komm mal schnell zu mir ja genau, weil ich ja auch was umrüst ich bin über dir, hier hinten am Baum nein, jetzt hab ich dir ja grob da geworfen ja her mit ja, ich meiste, ich meiste da, jetzt komm mal mal hier hin oh, wo denn? hier, hier, dreh dich da oben jetzt bin ich runter, hinter dir, ich steh da, ich komm, hallo, ich komm noch hin dreh dich da oben, Alter, bist du so doof hier im Wassermann jetzt hier, dreh dich dort geh mal her, dreh dich dort oh, nee, verrückt mich jetzt, das Ganze geht auf dem Baum sowieso, ich hab das ganze Werkzeug eh dahin gepackt oh, nicht zu verrückt ich brauch ne Hacke, aber ich muss nochmal da rein warte, wir brauchen mal ein Bett, beide ach jo, wir können uns ja mal ein Brett bauen ja, wir brauchen halt immer ein Schäfchen ich hab nur zwei Wolle gehabt, und du hast nur zwei Wolle das sind vier Wolle und eine Wolle und eine Wolle echt, sind das echt vier? ja, was denn zwei und zwei ist vier, Alter, ohne Scheiß, das hätte ich jetzt nicht gedacht hast du noch so ne Holz, Holzbrügel? Holzbrügel, Alter, ja, ich hab, ne, nur für mich so Aschelöcher so geh mal, ich brauch einen Holzbrügel, weil sonst dauert das Holzbrügel nicht ja, das hab ich, ich hab einen Holzbrügel da in den Wasser geworfen, da vorm Baum vor dem obersten, wo ich auch drauf bin da im Wasser, ja, ich geh da irgendwo tauchen los Boah, da ist er, ich seh ihn echt? ja, ich hab ihn was von einem jetzt? hättest du jetzt nicht gedacht, oder? hättest ich echt nicht gedacht ist aber, warte mal, der ganz große Baum da ach jo, ja, den machst du schon scheiße ja, den wollte ich machen, man bin ich extra die ganze Zeit hingelatscht ja, tja, ich bin halt cooler huah ah ja, wir können uns dann später so Bäume pflanzen, wie wir Bock haben, dass wir dann hier so, so, so Wodukching machen Ist seine Festplatte nicht langsam mal voll eigentlich? äh, keine Ahnung, ich habe einen Gigabyte, ne? ach ja einen Terabyte meine ich Boah, was ist die Gigabyte, zehn Sekunden aufgenommen, voll ja nee ich hab ich hab noch ich hab auch was bin ich aber auch nachdem er dann dann und dann wollen die Arbeit ich hab Schnauze man sich hat ja auch wenn ich will auch hin ja so ein weiteres mit mir ja ich will auch geben ich will auch die Schnauze aufmachen Prozent ich weiß Schnauze ja ich weiß Schnauze du hast es ja fast ähm ja hast du schon wieder aufgenommen oder? ja was hab ich? schon wieder aufgenommen? ja ja achso oh ja hihihi hihihi ähm oh man ja 6-7 so wer so da kommt ein Krieker aber ranger schwamm komm 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 So, jetzt hab ich's dann. So, also wir sind bei 130 Kick. Cool, da hat ein Schaf mitten auf dem Baum. Ja, so kann man's auch machen. Standard. Oh, das Kätzchen hat ja Baby-Kätzchen. Seit wann gibt's denn sowas? Was, echt jetzt? Ja, zwei Baby-Kätzchen. Was, her, her, her damit! Ich will auch gucken. Oh nein, jetzt ist meine Holzhack kaputt. Du hast eine kaputte Holzhack-Kätzchen geworfen. Was bist du für ein Arsch? Ich mach hier zwei Holzböcke kaputt, alter. Hauke. Hauke weg. Hauke weg. Hauke kaputt. Wo bist du denn? Na, warst du grad? Na, vor unserer Haustür sind drei WD-Katzchen und zwei große Köpfen. Ich würd hier gerne Looper anmachen, aber ich glaub, so was gibt es nicht. Guck mal hier, ich bin hier oben, ganz hier oben. Jo. 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 Jo, hab ich hör hier nur. Määäääe. Wääh. Mhh. Rah. Ääh. Was denn? Oh, das war knapp. Oaah. Das war ja noch knapper. Ah calendar. Joa. Tatsachen für Reiche? Äh? Keine Ahnung, lass mich. Okay. Hey, hier kriegt man echt die... So, so. Ja, äh, hast verstanden, oder? Ja. Hier fällt man zwei Meter irgendwo runter und er bricht sich schon halb das Bein. Was ist denn das für eine Pussy? Naja. Minecraft ist nichts für Pussys. Äh, ja doch. Wo denn jetzt vor unserer Hütte? Ich bin jetzt hier, wo denn? Ja, da, guck doch raus, oder? Da hinten hocken sie doch, da, guck doch, oh, guck doch, tut sich auch. Oh, da! Äh, das ist nicht vier BBK, nein, nein, das ist nicht.